E. A. Poe Productions liest Märchen aus Afrika Der Regentropfen Ein Regentropfen fiel einem Kind in die Hand. Er sprach, »Schließ die Hand, damit ich nicht sterbe, und lauf zu den Hügeln mit den Bäumen und laß mich dort frei. Ich werde in die Erde dringen, und es wird Regen fallen.« Das Kind schloß die Hand und rannte zu den Hügeln mit den Bäumen, so schnell es konnte. Aber als es ankam und die Faust öffnete, war der Regentropfen verdunstet. Weinend lief das Kind ins Dorf zurück und erzählte den Alten, daß der Regentropfen gestorben sei. Nun würde es nie mehr regnen. Aber die Alten sagen, »Weine nicht, wir werden im Dorf Bäume pflanzen, damit der nächste Regentropfen keine Zeit hat zu verdunsten. Wir werden Bäume pflanzen, und wir werden Regen haben.«